hallo und herzlich willkommen zu diesem video dieses teil folieren in unter zehn sekunden ist das möglich das ist die abdeckung einer anhängerkupplung kein problem ob klein ob groß innerhalb von zehn sekunden mit unserem folie brett wie das funktioniert das erfährt so gewonnen zehn sekunden die ränder müssen wir noch umschlagen und noch einmal kurz temperen an den rennern und schon haben wir dieses komplexe karosserie teil foliert ganz schnell und ganz einfach mit unserem folie abwert wer es braucht bei uns in paderborn kann man es sich ausleihen in verschiedenen größen momentan für solche kleinteile lieber felix auch an dich damit hättest du deine spiegelkappe garantiert hinbekommen vielen dank für die aufmerksamkeit bis zum nächsten mal auf diesem kanal abonnieren daumen nach oben nicht vergessen sonst verpasst du so einiges